Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Halt! Sind wir nicht schon in einem Team? Ja, aber wir wollen, na, in ein gutes Team. Oh, das verstehe ich total. Tja, ich weiß nicht. Ist ein ganzer Haufen Helden, der dieses Jahr hier aufgeschlagen ist. Glaubt ihr, dass ihr eine Chance habt? Natürlich haben wir eine Chance. Wir sind der Wahnsinn. Pass mal auf! Ablamo! Ich verwandle mich in jedes Tier der Welt. Wer außer das ich hat noch das Tempo, die Stärke und die gewaltigen Auger-Plaser. Das ist nichts verglichen mit meiner schwarzen Magie. Ich schwere die Konkurrenz an den Sternen. Und ich hab den Super-Jump-Kick. Ach ja, du hast ja keine Super-Kräfte. Da hast du echt Glück, weil das ist kein Super-Kräfte-Wettbewerb. Wir suchen diesmal jemanden, der nicht super-super ist, sondern super-besonders. Ha, das bin ich, hat mir meine Mutti gesagt. Beim Vorsprechen vor der Jury rechnen die Kommentare von schlecht bis oh nein, geht gar nicht. Aber trotzdem stellte sich ein Kandidat als total selbstsicher heraus. Mein Name ist Robin. Wartet, bitte! Folgt jetzt nicht dem Pass! Das könnt ihr mir nicht antun! Batman, du magst mich, oder? Das war mein Traum! Das war's jetzt mit der Justice League! Hi! Ähm, ich bin Cyborg. Von den Titans. Äh, den Teen Titans. Sorry. Ich bin etwas nervös. Hi, Wonder Woman. Okay, ich werde jetzt für euch singen. Diamante Ich glaub an die große Liebe Das geb ich gern zu An den Zauber der Gefühle Und mich verzauberst du Vögel, Sterne, Stopp, Schmetterlinge Schwirren um dich her Wir sehen uns an und wir spüren beide Hier hält uns jetzt nichts mehr Und so wie Diamanten Leuchten deine Augen mich an Leuchten mich die Augen an Wir sind Diamanten Die man sich nur wünschen kann So, schön, die du Die Diamanten Leuchten deine Augen mich an Leuchten mich die Augen an Wir sind Diamanten Die man sich nur wünschen kann Leuchtest du? Leuchtest du? Ich bin in der nächsten Runde, Baby Lachen Ich bin in der nächsten Runde, Baby Darwin Warte, bitte! Folgt jetzt nicht den Pass! Das könnt ihr mir nicht antun! Batman, du magst mich, oder? Ich bin momentan im Hauptquartier der Weltbesten Superheldenliga. Ich fühle mich inspiriert. Ich kann auch die Inspiration fühlen. Ja, ich nicht. Schön. Was möchtet ihr gern als erstes besichtigen? Bei so viel coolem Zeug hier drin, wählt ihr den Kühlschrank? Ich dachte, dass der Inhalt weit heldenhafter wäre. Wow. Wonder Woman steht ja voll auf den Joghurt, von dem man pupsen muss. Ich bekomme das Sandwich. Nein, 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 nein! Das gehört Batman. Sein Name steht drauf. Hab dich nicht so broke. Glaubst du, Batman interessiert sich für ein Sandwich? Au! Aber selbstverständlich, er ist Batman! Au! Au! Na! Batman hat einen Alarm in seinem Sandwich? Sicher, er ist Batman! Betreten nur für Mitglieder der Liga der Gerechten zulässig. Eindringlinge werden festgenommen. Lauf! Okay, den Roboter hält nur die Liga der Gerechten auf. Zeit zum Verkleiden! Alberne Verkleidungen werden den Roboter wohl kaum an der Nase rumführen. Was für eine dämliche Idee. Ich bin Batman! Langsam, Raven, ich bin Batman! Jo, ich kann eine Fledermaus sein, lass mich! Ich will der Batman sein! Ich hab's zuerst gesagt, ich bin Batman. Uah, so verschwitzt. Au! Au! Die müffelt wie Essig. Und wie verfolter Käse. Ist doch klar, dass er schwitzt. Er ist Batman! Oder sollte ich sagen, ich bin Batman. Beastie, du bist Marschen-Man-Hunter! Wer? Den kennst du! Der coole Typ von Mars, der schlimme Fingerjagd! Sauber! Ich steh auf schlimme Finger! Raven, du bist Wonder Woman! Toll. Ich bekomme einen Badeanzug, Armbänder und ein Seil. Dieses Seil ist das goldene Lasso. Wer auch immer damit gefangen wird, spricht die Wahrheit aus. Ach ja? Hey, Batman! Hast du nicht mal gesagt, du hättest Wasser auf deine Hose verschüttet? Das war Pipi. Ich hab behauptet, es wär Wasser, aber in Wahrheit war's Pipi. Versuch du mal Schurken zu jagen, nachdem du zu viel getrunken hast. Hahaha. Cool. Uhu, wer soll ich sein? Was hältst du denn von Flash? Ich bin Flash! Flash, Flash, Flash! Flash und die Flash, Flash! Scharfe Moves, Flash! Green Lantern steht drauf! Booyah! Flotter Ring, Bro! Dankeschön! Dieser Ring ist die mächtigste Waffe des ganzen Universums! Damit kannst du mit deiner Willenskraft alles, vollkommen egal, was du willst, beschweren. Bewundert seine Superkraft! Sind die Omis die Golden Girls? Volltreffer! Beloveds, Bee! Dieser Ring kann jede Waffe beschwören, die du dir vorstellen kannst. Und du wählst die Golden Girls? Die flotten alten Damen sind die toughsten Ladies von allen. Wenn's hart auf hart kommt, willst du die Golden Girls auf deiner Seite. Wow, du wärst ein tolles Mitglied der Liga der Gerechten. Mach dir nichts draus, Bee. Nicht mal deine hämischen Sprüche könnten seinen Sinn für Humor aus der Mottenkiste locken. Okay, bleibt cool. Spielt eure Rollen, sonst geht das in die Hose. Betreten nur für Mitglieder der Liga der Gerechten zulässig. Eindringlinge werden festgenommen. Wieso Eindringlinge? Was? Wir sind die Liga der Gerechten, Baby. Scan abgeschlossen. Willkommen zurück, Wonder Woman. Äh, ja, das bin ich. Woher weißt du das? Stramme Schenkel. Passt doch, wir sind eindeutig die Liga der Gerechten. Zieh dich zurück. Identität nicht bestätigt. Nenne deinen Namen. Green Lantern. Sieht man doch. Zieh dir den Ring rein. Welcher Green Lantern? Es gibt verschiedene. Warum gibt's denn mehr als einen dumm... Äh, 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 ich bin's doch. Steve. Es gibt keinen Green Lantern namens Steve. Eindringlinge werden festgenommen. Ah, Raven, Hilfe! Raven? Die kenn ich nicht. Ich glaub, ich hol mir so'n Pupsjoghurt aus dem Kühlschrank. twojehurt aus dem Kühlschrank. Diesmal verblüff ich euch mit genialen Zaubertricks. Hey, ich hab nicht mal angefangen. Lasst das! Ihr könnt doch nicht. Seht euch meine Nummer an! Abra? Kadabra! Abra Kadabra! Kadabra! Flieg, du blöder Vogel! Flieg! Oh, was? Okay, okay. Bei meinem nächsten Trick werde ich diesen 20-Dollar-Schein verschwinden lassen und in dein Portemonnaie hineinzaubern. Na los, sieh doch nach. Kannst ihn behalten. Betrachte ihn als Schmiergeld. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich muss den Hof wieder aufbauen. Hey, Kumpels und Frau Kumpel. Ich bin Beast Boy und das ist mein Talent, Jo. Ich bin der Milchmann, Jo. Und ihr solltet mir Milch trinken. Milchbrankala, Jo. Mich für Aquaman. Milch für Superman. Milch für Batman. Milch für Wonder Woman. Milch. Til den Körper gut. Bald ist es beim dunklen Ritter immer dunkel. Ich hab eine Lauf, bremst nicht, wenn ihr könnt. Habt ihr euch gefragt, warum sie heißt Wonder Woman? Weil sie sich immer wandert, wo ihr unsichtbarer Jet wieder steckt. Und Aquaman, dieser Typ quatscht mit Fischen und schwimmt super schnell. Das ist sicher nixlich, aber für was eigentlich? Hat geklappt. Ich hab's geschafft. Ja, 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 ich hab's geschafft. Ich möchte mich bei der Jury bedanken. Ihr habt ein super, super tolles Urteilsvermögen. Der Gewinner und das neueste Mitglied der Justice League ist... Bitte, oh bitte, 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 bitte. Robin! Oh meine Güte, ich hab gewonnen! Die Jury hat null Ahnung von Challenge. Da habt ihr's alle! Also, ich würde mich ja für ihn freuen, aber er macht's mir echt schwer. Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Ich bin jetzt dein offizielles Mitglied der Justice League! Moment, wer aufpasst, ist klar im Vorteil. Du hast da was verwechselt. Was? Die Jury hat diesen Robin gewählt. Nicht dich, Dumm-Dum. Die meinen... meine... Bauch-ebener-Handpuppe? Du hast es erfasst, alter Kumpel! Pumpen-Robin ist das neueste Mitglied der Justice League, yo! Nooo! Hooray! Und so machte Pumpen-Robin eine super Karriere. Er fing Bösewichter, fand Freunde, gewann Auszeichnung und war einfach an ausgesprochen. Irrer kleiner Typ. Und das war's für heute, Homies. Ich bin Bördering und ich sage Tschüss. Ab geht's! Berlin-Bördering Ja! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk